Hallo zurück zu einer neuen Runde I Wanna Be A Guy und ähm, anders als sonst werde ich mit einer kleinen Auflösung anfangen, was denn die Diskussion betraf, welchen Weg wir gehen müssen. Ich habe zur Auswahl den Weg hier unten, den ich euch mal präsentieren möchte. Ich kenne ihn schon und von daher, ähm, ja, ich habe mal angespielt und weiß, was mich da erwartet, also... Erwartet nicht zu viele Tode da. Medium habe ich gewählt, damit da unten jetzt noch der Speicherpunkt ist und ich den Kack hier nicht nochmal machen muss, sollte ich sterben. Zack, Speicherpunkt aktiviert, also es geht hier runter. Da schießen wir gegen den Stachel und dann springen wir hier rüber. Springen wir da, nein, halt, falsch. Okay, ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf, das sind diese Kack-unsichtbar-fuck-unsichtbaren Blöcke aus Mega Man. Bombs. Also, hier taucht ein Block auf, da oben taucht ein Block auf, äh, so. Dann taucht da ein Block auf, dann geht es hier links hoch, es geht rechts rüber, es geht wieder zurück, es geht da runter und wieder da hoch. Und dann geht es hier ganz runter, dann wieder... Äh, da, fuck, ja, okay. Okay, okay. Ist auch schon ein paar Stunden her, so gefühlte 20, seit ich das gespielt habe, also da kann man das schon mal haben, dass man plötzlich vergessen hat, wo der nächste Block auftaucht. Also hier hoch und dann da rüber und dann zurück. Und dann da hoch. Gut. Glück gehabt. Da runter und dann da runter. Dann da rüber. Und dann taucht der zweite auf, genau. Dann da rüber. Und dann taucht der Arm-Block auf und dann kann man hier rüber. Und Megaman, yay. Wenn man hier zu lange stehen bleibt, kommt von oben Gutsman und zerquetscht ein, das werde ich jetzt nicht präsentieren. Und man taucht hier auf. Hier. Sind wir jetzt bei... In dem Gebiet nach... Lasst mich überlegen, nach Hulk. Man könnte jetzt aber auch, ganz einfach... Habe ich die Controls wieder? Nein. Okay. Man könnte genauso einfach. Hier. Continue. Einfach in den Teleporter von Hulk springen. Und man ist in der selben Stelle. Von daher, hattet ihr... So gesehen eigentlich... Oh mein Gott. Liebe, alle recht. Also... Alle, die ihr nach... Oben, nach unten gesagt habt. Blackhand Commando war das. Kein Hip-Hop-Fan hat es mir gesagt. Ich glaube, Sir Mike 5. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Zahl erwischt. Ähm... Und... Sahem 12. Wenn ich mich nicht irre, hat es auch nochmal... Fuck. Mir gesagt. Ich... Es tut mir leid, wenn ich jetzt einen vergessen habe. Das ist keine Absicht. Und... Dann danke auch noch an Burrito Hood, der mir als einziger den Teleporter vorgeschlagen hat. Was natürlich genauso richtig gewesen wäre. Also, ähm... Danke. Dass ihr... Ah, fuck. Danke. Jetzt geht es hier lang. Dass ihr mir so tatkräftig helft mit Tipps und... Bitte, äh... Was auch passiert ist. Keine Spoiler mehr. Ich möchte nicht wissen, was mich erwartet. Ich weiß jetzt zum Beispiel... Wer... Jetzt schon, wer der nächste Boss ist und... Das ist schade. Das ist echt... Oh mein Gott. Okay, wie habe ich das hier gemacht? So. Dann da runter. Okay. Das ist echt... Das möchte ich nicht wissen. So, dann speichere ich hier und... Richtig. Ich kann da unten rein. Wööööööö. Was? Oh mein Gott. Und jetzt muss ich wahrscheinlich auch wieder erst im Block... Oh Gott. Nein. Fängt ja toll an. Runter da. Dann nach rechts und nach links und... Wööööö. Was? Oh. Okay. Dann muss ich weiterlaufen. Das ist eine gute Idee. Eine gute Idee. Also. Wir hüpfern. Da rüber. Und dann lassen wir uns fallen. Nach rechts und nach... Oh. So schnell kannst du gar nicht reagieren. Wie unser kleiner Kid hier fällt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Also rechts, links, rechts, links und... Sprung! Uh. Und nein. Nicht im Ernst, oder? Unsichtbare... Unsichtbare Blöcke. Oh. Und... Oh, Matt! Nein, was bist du denn? Ein Matt-Walt-Gegner. Yay! Moment, dann haben wir letztens schon bei... Wiley gesehen. Heißt das, der ist den ganzen Weg von... Wiley bis dahin gekrochen? Oh mein Gott. Rechts. Oh, fuck. Das nächste Gebiet gefällt mir mal gern. Gar nicht. Denn... Das sieht nicht nur nach unsichtbaren Dingensbummens aus, sondern auch nach rechts, links. Ah, fuck you. Meine Fresse, das ist ein Scheiß. Jetzt noch wenigstens ein Speichelpunkt, der auch kacke unten hinsetzen können. Hüpf. Ja, und dann... Mann! Bevor die Fragen kommen, ab hier ist es übrigens auch wieder blind. Ich hab mir nur diese eine Passage da mit den... Bum, 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 unsichtbaren, erscheinenden Megaman-Blöcken angeguckt, um zu wissen, ob es denn Sinn macht, den unteren Weg zu gehen oder echt einfach den Teleporter zu nehmen. Aber dann hab ich... Ach, kacke. Mir gedacht, ich präsentiere euch mal beide Wege. Denn es waren beide richtig. Also, runter hier. Wiii. Und rechts, links, rechts. Oh, boah, kacke. Dieser letzte Scheiß-Stachel da immer. Runter. Hoch. Runter und... Wiii. Wiii, 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 wiii. Och, dieser letzte Kack-Stachel. Mann. Inzwischen erwische ich echt nur noch den letzten oder den dritten. Yes! Nein, zu früh gesprungen. Fuck you. Fuck, 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 fuck. Oh mein Gott, runter. Rechts und links und rechts. Och, kacke, Mann. Ich hasse dich. Bums. Rechts, links, rechts, links. Und jetzt springen, okay. Wie geht das? Da ist ein unsichtbarer Block irgendwo, bis irgendwo hin? Bis da. Oh, pff. Geht's jetzt hier oben weiter? Da ist ein Block? Und jetzt? Jetzt lass mich einfach mal fallen. Uh, 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 uh. Was war das? Okay. Okay. Da kommen die Stacheln von oben runter, das ist gut zu wissen. Das ist schön. Rechts, links, oh, fick dich. Dieser Kackfall hier ist schlimm. Weil ich echt keine Ahnung habe. Rechts, links, rechts, rechts. Oh, wumms, die Bombs. Okay. Also da ist ein Block. Nein, da waren drei Blöcke. Oh, bin ich ein Idiot. Oh, bin ich ein Idiot. Bin ich ein Idiot. Ich möchte diesen Raum schaffen. Okay. Rechts, oh, ach. Ja, oh, Mann. Mann, Mann, Mann. Bums, rechts, links, rechts, links, rechts, boah. Hey. Schnell geht es aber viel zu langsam nach links und rechts geht es. Alles deine Schuld, wenn du hier, uiuiui, stirbst. Okay. Da waren drei Blöcke. Und ich bin zu früh. Mann, jetzt ist es mein eigener Fehler, dass ich hier kreppiere. Und ihr dieses Zeug immer wieder seht. Yay. Lasst uns den selben Sprung immer und immer wieder machen. Dabei ist auch Mannheim. die kann ich inzwischen so halbwegs da war da genau dann mal der nächste da so ein scheiß ich habe spaß ich weiß nicht wusste wusste was da los ist spratze blut die blut körperteile köpfe geht runter ja das war für den nächsten da und dann ist einer nein 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 kann doch nicht sein jetzt bin ich gespannt geht hier und den teil da habe ich jetzt einfach mal vergessen und dachte mir ich fall einfach mal runter und dann klappt das schon okay okay rechts links recht u gott fakt den zweiten sprung vergessen hlulululululululululululululululululululululululululululululul Honolulu so auch geht's wenn diese plattform wenigstens weg wäre das wären die auch ganz schön denn das wird zeit sparen und wii 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 waa kaka kaka man anderthalb minuten noch dann ist das video schon rum und was haben wir erreicht gar nichts und ich werde auch der raum geht danach noch weiter der da unten mit den nächsten unsichtbaren blöcken die ich nicht mag runter und rechts und links und rechts und links und ja es klappt doch da ist eine hand da geht es wo geht es da rein da muss es irgendwie weitergehen gott vergessen ich bin ein idiot ich bin ein idiot guck mich an ich bin so ein idiot ich kann das spiel nicht spielen rechts links rechts links auch gibt du musst einen zweiten sprung machen sonst fällst du in die stacheln geht und stacheln tun dir weh das hast du inzwischen bestimmt oft genug selber gemerkt bums bums ja da guckt der starre tut ja auch weh hier tun die auch alle weh aber in die springst du jetzt nicht rein sag ich doch gleich auch geht 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 schämlich was meine fresse so was haben wir so ein scheiß bums rechts links rechts um zu früh gesprungen machen boah so